Kennt ihr das Gefühl, wenn man einen schlechten Tag hat, auch mal was kaputt geht, man vom Pech verfolgt wird und Dinge daneben gehen? So ist es bei Lino jeden Tag. Ich will die schaustliche Katze loswerden, diese Kinder und die Demütigung. Ich bin der größte Pechvogel auf der ganzen Welt. Sehen wir mal, was wir hier für sie haben. Hallo Kinder. Der Kerl ist gefährlich. Ruf die Polizei. Die Wagen 13 ist unterwegs. Was muss ich denn nun noch alles ertragen? Hallo. Lino, ein vollverkartetes Abenteuer. Ich brauche Federkrone für Freund. Will nur ausborgen. Ausborgen. Nur im Kino.